Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Who Knows. Ich möchte dir auf diesem Wege frohe Weihnachten und einen wirklich wundervollen Rutsch ins neue Jahr 2017 wünschen. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich in den letzten Wochen, ich glaube es ist fast jetzt schon ein Monat her, keine Videos mehr produziert habe. Ihr wisst, ich habe ein Video gemacht, es beginnt zum Thema, wir bauen uns unsere eigene Social Plattform und Traumdatenbank etc. Ich habe in einer Woche 250 E-Mails erhalten, 250 Menschen, die sich innerhalb von, ich glaube es war knapp über eine Woche, glaube ich, 10 Tagen oder sowas, die mir geschrieben haben. Ich bin wirklich überwältigt, es ist mittlerweile ein wirklich Full-Time-Job, das Ganze zu organisieren, mit den ganzen Leuten zu sprechen, zu antworten. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich bis heute noch nicht es geschafft habe, wirklich jeden zu antworten. Das wird aber alles kommen, macht sich da keine Sorgen, es bleibt keine Mail unbeantwortet, es wird einfach nur ein bisschen dauern. Ich möchte mich bei euch allen herzlich bedanken, nicht nur bei den Leuten, die sich gemeldet haben, sondern bei dir im Speziellen, dass du dir über das ganze Jahr verteilt Zeit genommen hast, die Videos einfach zu schauen. Für die Unterstützung, für die wirklich vielen, 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 vielen Nachrichten, persönlichen Nachrichten, die ich erhalte. Und das gibt mir auch selbst immer wieder Auftrieb. Ich bin auch nur ein Mensch und ich stecke mir teilweise auch sehr wagemütige Ziele und mache mir selbst zu viel Druck und muss da manchmal sehr daran nagen, dass das nicht alles so läuft, wie es sein könnte oder ich es gerne hätte. Aber jeder ist so in seinem Lernprozess und ich bin es genauso. Und ich freue mich wirklich, dass wir nächstes Jahr diesen Weg gemeinsam gehen. Und ich glaube, dass dieses nächste Jahr, dieses 2017, ein ganz spezielles ist. Und ich glaube, es steht so unter dem Motto, wir werden aktiv, wir tun was. In welcher Form auch immer, es geht einfach nur darum, dass man sich selbstbewusst sein eigenes Schicksal in die Hände nimmt. Und nicht das Spielball des Lebens ist, sondern selbst das Leben ist und einfach nur darin spielt, aktiv. Und ja, wie gesagt, herzlichen Dank. Ich gelobe Besserung, nehmt es mir nicht übel. Einige Leute haben mir schon geschrieben, ja, was ist los, warum gibt es keine Videos mehr und so weiter. Es ist viel im Tun, es ist viel im Tun. Ich könnte jetzt eine Dreiviertelstunde darüber reden, was genau jetzt passiert ist. In letzter Zeit, da wird es ein eigenes Update geben. Wir haben jetzt einmal die ersten Meetings mit den ganzen Programmierern und so weiter. Da ist der Stein kommt ins Rollen. Wie dem auch sei, habt es besinnliche Feiertage. Gerade in Zeiten, wo das außenvermeidlich immer chaotischer wird. Gerade in Bezug auf diesen Anschlag oder Attentat, egal wie man das jetzt nennen kann, darf oder sollt. Und in Deutschland, ich habe bewusst kein Video darüber gemacht, weil, ja, Ursache und Wirkung. Es ist, also aus meiner Sicht ist es uninteressant jetzt, wie die ganzen Details sind. Es ist immer nur die Frage, wie verwenden sie es. Und es ist wirklich, es ist wirklich viel am Tun und es, wir dürfen uns da nicht zu sehr ins Chaos stürzen lassen. Emotional, persönlich jetzt. Und ich merke aber auch, dass sehr viele Menschen schon so bewusst und so, ja, wach sind, dass sie das nicht mehr zulassen. Dass eben keine, wenn die Bild-Zeitung schreibt, Angst ganz groß in schwarz, dass die Menschen da eben mittlerweile darüber stehen. Und sie erkennen, wie diese Mechanismen funktionieren und dass immer mehr Leute erkennen, dass es trotzdem nur so ein gemeinsames Ding sein kann. Und ich glaube, das ist das Jahr 2017. Ich glaube, dass wir viele, viele Plattformen, viele, viele Seiten, viele, viele Communities, viele, viele Andersdenkende als man selbst vereinen könnte oder wird für ein gemeinsames Ziel. Weil, ihr dürft es nie vergessen, unterm Strich, unterm Strich wollen wir alle nur dasselbe. Und das wird genau das Jahr 2017, das ist mein großer Meilenstein, das ist mein großes Ziel für mich persönlich, dass ich so viele Menschen wie möglich erreiche, die Gleichgesinnte in einem Netzwerk treffen, um das Ganze exponentiell wachsen zu lassen. Und das Ganze wird einen Drive annehmen, der wirklich einen Impact haben wird auf die Gesellschaft, auf die Welt und auf uns alle. Und auf das freue ich mich sehr. Habt eine besinnliche Zeit, kommt ein bisschen runter, dreht den Fernseher ab, seid ein bisschen für euch, macht das, was euch Spaß macht, schnauft es durch. Und wir gehen es 2017 erst so richtig an. Ich sage herzlichen Dank und bis später. Ciao. Wake up inside. True. Connect the dots. Big picture. Conscious. Tom who. Knows.